Zu dir darf ich ja gar nicht Daddy sagen, ne? Du darfst zu mir Mami sagen. Oh, weiß nicht. Oh mein Gott, ist das gruselig. Das stoppt meine Gefärbe nur direkt ab. Du hast den normalen Dings, ne? Also dein Gesicht ist halt nicht gerade schön. Ich sag's so, wie es ist. Sieht aus, als hätte ich meine Haare auftätowiert. Oh mein Gott, okay. Willkommen zu, wo ist ihr Mami? Zusammen mit Kno. Wir müssen ja den Namen anpassen. Du bist meine Mami. Kann ich nicht Zöpfchen bekommen oder so? Ich mach dir mal meine Milch warm. Warte, Zöpfchen, was? Hast du dir denn irgendwo Milch, Maxi? Im Kühlschrank, ja. Was ist mit meinen Armen los? Die sind sehr lang, die Arme. Ich freu mich einfach nur. Es passiert übrigens jeder Frau, die dann Kinder bekommt, weil man braucht dann auch automatisch längere Arme, wenn man mal Kinder kriegt. Genau, ich bin... Ich geh jetzt in den Backofen rein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich geh jetzt da rein und du kannst mir nicht aufhalten. Also ich geh jetzt einfach rein. Ich mach den Arm. Nein, Maxi, nein. Nein, das ist doch kein... Lass uns reden. Das ist doch... Nein, Maxi. Das ist der einzige Ausweg, den ich sehe. Nein, das Leben ist so schön. Warte, bis du meine kostbare Milch... Nein, Mann. Nein, hör doch auf, Alter. Ich bin in die Mikrowelle. Was passiert, wenn ich in die Mikrowelle gehe? Dann stirbst du. Warte, bis du meine kostbare Milch getrunken hast. Dann hat dein Leben wieder einen Sinn. Hallo, Mami. Hallo. Ey, kann ich dich eigentlich nicht nehmen? Nee, nicht wirklich. Ey. Was hab ich gemacht? Ey, was hab ich gemacht? Maxi, ich bin grün. Maxi, ich bin grün. Maxi, komm da raus. Nein! Du machst zu. Nein, nein, Maxi, nein. Was denn? Ich hab das Gefühl, du stirbst vor mir. Kann ich dir denn Milch geben, Maxi? Ich hab die Milch in meiner Hand. Ich mach das selber. Du kannst gar nichts. Du bist eine Scheiß-Mam. Halt, was machst du denn? Lass uns doch reden. Warte, ich... Wo ist meine Milch hin? Wo ist meine Milch hin? Ich will dich füttern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab... Ich sollte wirklich keine Kinder bekommen. Bist du jetzt tot? Maxi? Maxi ist tot. Ich bin wieder wach. Wieso krabbel ich denn so eklig? Los, mein Kleines. Komm her. Ich bin, ähm... Ich ertrinke gerade. Nein, nein. Doch, doch, ich ertrinke. Kannst du... Nein. Nein, was ist... Ich hab... Ich bin tot. Holy shit. Genug, dass du sehr sassi, wie du da bist. Nicht meinen Arsch anzünden. Komm mal her. Steig mal auf mich drauf. Mach deinen Kopf gegen was. Oha. Daddy besiegt. Ja. Holy shit. Steig mal auf mich. Ey, Maffin meine ich. Ähm... Warte, warte, warte. Oh, wow. Also du möchtest dich... Boah, ich hab dich in den Arsch geschoben, Maxi. Ja, das ist, ähm... Ich hab dir eine Orange in den Arsch geschoben. Äh... Was zur Hölle passiert hier eigentlich? Weg vom Auto. Du brauchst noch definitiv eine Banane in dein Ass. Nee, ich war noch eine... Ey, das ist so ein Abpack-Game. Was spielen wir eigentlich? Schau mal, wie ich dir die einziehe. Warte, Maxi, Maxi. Wir können doch über alles reden. Warte, die Tür auf. Warte, die Tür auf. Ich bin hier raus. Tür aufmachen. Nein, verdammt. Warum geht das nicht? Das ist mein Auto. Komm, da raus. Weg, da. Ich bin schon wieder raus. Äh, ich bin raus. Wo bin ich? Nein. Ja, in meinem Ass. Warum kann ich es nicht hochheben? Das macht mich einfach so irre. Maxi, du bist der Grund, warum ich keine Kinder möchte. Weißt du das? Oha. Aber ich bin das so ein Traumkind. Ja, ich sterbe langsam. Nein, warum siehst du? Willst du sterben? One minute to make it. Ich esse Batterien. Ich esse Batterien. Ich esse alle Batterien auf. Boah, ich hab Pillen gegessen. Mir geht's gut. Hey, was machst du? Du bist ja grün. Nein, hör auf. Ich esse Batterien. Nein. Oh mein Gott. Du brauchst Obst. Schnell Obst. Du brauchst eine Banane. Ich brauch so einiges Kuh. Feuer, Feuer, rette mich. Was ist das für ein grausames Game? Also eigentlich will ich ja mit dem Auto rumfahren, aber die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auf. Ja. Explosion. Ich hab gewonnen. Nein, war so abartig. By the way, Leute. Wir sind kurz vor einem Millionen Abonnenten. Ich würde mich mega freuen, falls ihr vielleicht einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen könnt für mehr Who's Your Daddy und für die einem Millionen Abonnenten. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, mit wenig das nächste Mal. Who's Your Daddy spielen soll. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also ich glaube, ich bin ein süßeres Baby als du. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Red ich mal um. Warte, ich will mal für dich was spielen. Hallo. Ich bin auch ein Baby. Wie? Was bist du denn? Das ist ja voll widerlich. Ich bin auch ein Baby. Das ist so eklig. Das ist wie von... Gib mir deine Traumete. Komm mal her. Hilfe, ich bin auch ein Traum. Komm mal her. Nein, geh weg. Ich hab auch Kacke gemacht. Ich hab Kacke gemacht. Ey, 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 ey. Das ist wie schrecklich. Ey, ey, ey. Das ist wirklich ekelhaft, ey. Was ist denn so das her? Ah, ey, geh weg. Hallo, Baby. Oh mein Gott. Das ist so ein Fiebertraum, ey. Oh Gott, geh weg. Das ist richtig gruselig. Komm mit, Baby. Mama, ich weiß nicht. Ich bin sicherlich nicht aus dir rausgekommen. Komm dir Treppen hoch. Kann ich dir die Beine brechen, damit wir wenigstens auf... Hey. Komm mit. Oh, ein bisschen Vodka. Ja. Komm mal her, mein Kind. Nein, ich muss das hier alles... Ja, Kind, ich hab Alkohol für dich. Nimm es. Ein paar Sekunden später. Kriegst du gerade Alkohol? Ich will nicht mehr leben. Oh mein Gott, wie du mir die Banane reinquetscht, ey. Oh mein Gott. Genau so gehört sich das auch. Komm her, Herr Kind. Ich bin tot. Hey. Gleich wirst du tot. Jetzt wirst du noch nicht tot. Gleich wirst du tot. Komm her, Herr Kind. Das ist so... Oh Gott, Dad, ey. Ist voll, ne? Das steckt voll inzwischen. Ich glaub, du bist eine Frau, oder? Was soll denn das jetzt heißen? Nur weil er keine durchschnittliche 15 Zentimeter ist, oder was? Nur weil er 1,5 ist und du es nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass ich keinen habe. Das ist richtig ein Scheming. Nein, aber das ist richtig. Du brauchst gar nicht. Du bist ein Scheißkind. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin ein Cameltoe. Das ist ein Cameltoe. Ich kenn mich mit Cameltoes gut aus. Wo willst du hin, Kind, hä? Hauptsache weg von dir, Mann. Deine Mama liebt dich nicht. Ich lieb dich auch nicht, ja? Keiner liebt dich. Ich kann verstehen, dass du das machen möchtest, aber... Boah. Ich quäl dich. Was ist das eigentlich für ein Spielkonzept, Mann? Ich glaub, ich bin... Ohnmächtig? Nee, du schläfst, ne? Kot? Hier, Eiswürfel. Oh mein Gott, ey. Oh, das fand ich gut. Das ist so gra... Oh mein Gott, ey. Das ist so grausam, wirklich. Jugendamt? Du musst ein großes und starkes Baby werden. Du wirst die ganze Zeit essen. So viel du kannst. Du wirst essen. Und essen. Ich fütter dich so lange, bis du groß und stark bist wie ich. Dann wirst du auch ein großes Baby. Ich will nur noch Yale gehen und schickern. Ja, nein, du musst essen. Oh Gott, Alter, ey. Du, jetzt kannst du auch eine Kerze essen. Hier, willst du eine Kerze? Nimm. Ich will raus hier, lass mich. So nicht. Ich will raus, ich will nicht mehr. Du stinkst. Bitte, ich will raus hier. Ich will hier raus. Baby, genug, du stinkst. Ich hau ab jetzt. Nein, nein, ich will hier raus. Nein, lass mich da rein. Ich komm mit dir. Nein, I. I ist wie Poppy Plater. Aha. Wieso geht das hier nicht weiter, ey? Das ist wie so, oh mein Gott. Willst du rein? Komm. Ja. Geh rein. Spring. Nein. Spring rein, du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Jetzt geh rein. Ich mach, geh ganz rein. Nein, nein, nein. Du gehst rein. Du stellst dich ins Klo. Geh rein. Ich schaff's nicht mehr. Konzentrier dich genug. Einmal konzentrieren im Leben. Du schaffst das. You had one job. Geh rein. Bleib drin. Wink nochmal zu mir. Guck mich an und winkel. E. Hinstellen und drück E. Oh mein Gott, du hast mich umgebracht. Du hast mich runtergespült und ich bin tot. Warte, ich will dich nochmal einmal ganz kurz runterspülen. Wo bist du, Kind? Ich bin schon hier. Echt? Warte, wo waren das nochmal? Warte. Unten in der Toilette. Da, wo die ganz bösen Dinge passieren. Oh boy, Daddy's love. Boah, das hat sich aber auch doppelt deutlich an, ne? Komm, spring rein. Was ist denn hier eigentlich? Willst du nochmal winken? Ja. So geht das nämlich. Ja. Ja, perfekt. Oh mein Gott, das ist so arm, ey. Guck mal, das sieht voll gut aus. Du bist ja nicht mal sauber gemacht. Das ist so traurig. Oh, du wirst, warte mal, du wirst, warte, du wirst, warte, du wirst eine andere Farbe. Meine Liebe, Junge, meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe. Ich, das, ähm, nee, ich will schon sehen, dass du stirbst. Ich will es sehen. Wie, du, Alter, noch verwehrt Spüche. Ja, ich muss weinen. Oh, das ist explizit alles. Ich ertrink hier. Was ist das für ein krankes Game? Das ist mega krank. Mir gefällt's. So, okay, Leute, das war's mit Fusia und Mami zusammen mit Gnou. Falls ihr noch mehr davon seht, würde das gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schreibt bei Gnou vor, weil die sind im Video schon verlinkt. Und schreibt mal in die Kommentare, mit wem ich das als nächstes mal machen soll. Bis dann. Ciao.